Was? Vor 1 Uhr gehst du nicht ins Bett? Ja vielleicht spiele ich auch nur drei Scheiben. Mal gucken, wenn du schön artig bist. So, dann auf geht's. Ja Erika finde ich gerade nicht, weil mit der würde ich auch gern. Aber damit war der Hubert K. ja schon unterwegs. Don't talk dirty to me. Ne, du bist ja kein Single, ne? Ja gut. Pech? Dann talk ich dirty to me. Me, myself and I sind auch drei Leute. Jo, geht ja nix über Selbstkontrolle, ne? Da raffe ich nicht. Aber er hier, er raff da. Selbstkontroll, raff natürlich. Ladies Night, macht euch breit. Let's go! Ladies Night, äh, play and drücken. Ah, ihr seid ja noch da. Äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr da geblieben seid. Ups, upside your head. Kopfsache alt. Sweet September. Wobei ich mich gerade frage, hat der den September angeleckt? Man weiß es nicht genau, ich lass das mal so stehen. Oh man, da ist glaube ich was langsames, ne? Ja, Arm in Arm, Hand in Hand, ab zum Zuckerwattenstand. Da ist der gleiche wie sitzt du im Auto und willst zur Hölle fahren. Ja, wer kommt denn da am besten in Frage? AC DC Highway to Hell. Ja, ich könnte das nicht mal ausmachen, ne? Und die meinen Januar, Februar, vielleicht meint ihr auch März, April. Ich hab hier nur stehen, Januar und Februar. Vielleicht hat ihr ja halt nur zwei Monate. Wahrscheinlich hat er recht. Wahrscheinlich. Howard Campbell, nachts. Wenn er alles schläft. Okay, um 10 vor 9, noch nicht. Auf geht's. Auch mal wieder ein deutscher Titel. Naja, komm, den nehmen wir uns einfach mal eben schnell rein. Geht ja nicht lange. Äh, 2 Minuten 46. Gönnen wir uns einfach mal. Könnt ihr auch einen Kaffee holen oder, ne? Badezimmer aufsuchen, wie auch immer. More than I can say. Also mehr kann ich nicht sagen. More than can I... Ach, egal. Macht das mit Google. Mit Mariana. Nicht zu verwechseln mit Maria... Mariana Ho. Ihr wisst, das komische Zeug, ne? Was man so drehen kann und dann... Silent. Relaxed. Was auf jeden Fall geht, ist äh... Queen. Another one bites the dust. Wer auch immer wen beißt. Der singt immer vom Duster. War das nicht ein Auto? Robert Palmer. Johnny and Mary. Hat er dann die Kerze gehalten oder mit? Go Johnny go. Äh, Eruption. Hat nichts mit Erektion zu tun. Will ich doch hoffen. Weil sonst wäre ich nachher noch gebannt. Gebannt. Ich bin gespannt. Ja, auf geht's. Aber. 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 Aber ich muss auch drücken, ne? Alles klar. Bis gleich. Ich red mich hier noch im Kopf und Kragen. Und wir haben früher immer gesagt. Schlabersack. Schleim. Schleim. Schlabersack. Dabei heißt das. Sabadag. So ist, äh... Jede Zeit hat seine... Wie nennt man das? Era? Eros? Era. Ne, Eros ist was anderes. Ist ja Ramazzotti. Aus, äh... Ramazzotti sei doch was zum Trinken. Ach, ich hab keine Ahnung. Upside und dann irgendwie auch nach unten. Upside down. Bobby Brown goes down. Ja, wahrscheinlich zu viel geraucht oder was. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kommt gut in die Haier. Träumen was Nettes. Und wie immer macht nichts, was ich auch nicht tun würde. Mit der Sonne nach Jamaika können wir heute ins Bett gehen und von Jamaika vielleicht auch träumen. Und ich sage Tschüss. Gute Nacht. Bye bye. Bis demnächst. Euer Meiser. Genau. Macht keine Dummerheiten. Hände immer schön über der Bettdecke. Bettdecke. Bis morgens halb so kaputt. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ciao.